Hallo, mein Name ist Mathis Bühler und ich bin 14 Jahre alt. Meine Position ist linker Außenverteidiger oder linker Fliegespieler. Mein vorheriger Verein war der FV Grisheim und der FSV Bühl. Mein Spielervorbild ist David Alaba. Wenn ich FIFA spiele, nehme ich die Mannschaft von Manchester City. Mein persönliches Ziel ist, dass ich in jedem Spiel alles gebe und dadurch mich weiterentwickele. Für meine Mannschaft wünsche ich mir, dass wir als Team auftreten und dadurch für jeden Gegner schwer zu schlagen sind. Ich bin 14 Jahre alt.